Was hat man das gekostet damals? Ich bin auch nicht mehr. Brauchst du nicht? Nein! Ah! 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 Ja, ich bin mal an, glaube ich, mich. Geht es aus? Ja, natürlich. Du hast ja Bad Höld und er findet sich da so wie die Grundmachtschlöse, dann machen wir es mal Modellen und dann... Das war einmal auch nicht drast50 Kostan. Und vielleicht noch Arbeit, Nacharbeit, da muss natürlich viel Kunst gedauert werden, wenn man das dann mit, ne? Und in einem Arm, also das geht dann gerade so und dann so. Dann ist es zusammen… Ab dem Schulbühlen drauf, dass man dann noch abfladen wird, Ich bin halt abgefahren, bis ich habe das. Und dann hab ich noch am Kuh und dann hab ich gesagt, das war trotzdem immer noch mal Arbeit. Aber immer noch besser wie fliegen und sonst was brefen. Da wird ein bisschen blöder war. Wenn halt dann richtig die Frage ist, ich mache es immer so leid, dass ich jetzt mal drauf hätte. Ich bin halt auf die Ego. Ich bin halt auf die Ego für dich. Ich habe kein Verbleib. Ich bin halt auf die Ego. Selbst wenn man da auch los ist, dann bin ich einfach nicht auf die Ego.